es jetzt kommt zur nächsten Folge der Sprechstau und so ein Gamer-Killer um und diese Ressourcen Schäfer vorwürgen jetzt die Säches Christus und aus dem Stein raus holen und alle anderen kurz also muss man sagen wir haben gekriegt diese Waffe habe ich gefunden zu gut nur eine Spitzsäcke meine Spitzsäcke ist kaputt gegangen, während ich den Block abgebaut habe. Nicht mal danach, sondern da während, Alter. Ja, ich weiß schon. Habe ich noch noch? Ich habe auch keine mehr. Ich glaube, wir finden hier wirklich keine... Sollten wir den hoch am besten? Ja. Aber ich will mich nicht töten. Ja, wir müssen uns aber töten. Wir ausloggen und schneiden es auch ein bisschen blöd. Ja, oder wir gehen hoch. Ja, aber es ist wieder so ein langer Weg. Ich... Ja, wir müssen machen, wir können noch ein kleines bisschen tiefer. Aber wir wissen, ob hier unten vielleicht irgendwas... Oder ob hier unten jetzt die Lavaschicht kommt. Über meinen Planeten. Ich will jetzt mal wissen, was das heißt. Ich denke, ja, hier ist die Lavaschicht. Ja, diesmal bauen wir uns auch nicht rum. Ja, ich würde sagen, springen wir rein, oder? Moment mal, ich will ganz kurz... Nicht abbauen. Spliff! Komm, Spliff! Ja, Junge, hier oben genau, richtig gut, Spliff, Alter. Spliff, Spliff, komm, Spliff. Hä? Du willst doch selbst nicht da mal reinspringen. Ja, aber ohne Spliff. Warum? Spliff, Kaka. Komm, mach jetzt aber dazu Spliff hier. Dann baue eine Arena. Nein, Junge, komm jetzt runter. Ja, genau, du Pussy, Alter. Geh da drauf. Äh. Ja, ich hab gar keine Spitznacke, Alter. Ich will, geh da jetzt drauf, ey. Ich hab doch was gut, Alter. Du hast mich letztes Mal noch runtergebaut. Geh da hin. Geh da hin. Komm, komm zu mir rüber. Ja, natürlich. Du bist ne Musik. Komm, hier runter. Nee. Komm jetzt. Ich hab ne Waffe, die dich umbringt. Wir verbrauchen doch jetzt keine Mandagen dafür. Toll. Einer, geh da jetzt runter in die Lava. Du wolltest doch sterben. Weißt du was? Selbstmord. Du weißt, was jetzt kommt? Selbstmordattentat. Selbstmord, da musst du dich ja selbst hinbringen. Ja, ja, mit dir zusammen. In dem Wort steht Attentat. Junge, als ob du jetzt alles zubaust, Alter. Boah, geh mal, du wolltest doch in die Lava springen. Ja, spring, aber nicht so. Junge, ist doch egal, wie wir sterben. Alter, lass es. Du bist ja selber. Junge, ganz im Ernst, lass es bitte. Es ist doch total egal, ob wir in die Lava gehen oder ob ich dich abschieße. Junge, jetzt geh doch. Komm doch jetzt, Alter. Willst du mich verarschen? Weil du siehst nicht, wo ich bin. Wie lange willst du noch rumrennen, Alter? Nein, lange. Wo siehst du mich nicht? Warum sehe ich dich nicht? Warum soll ich nicht seh? Ich seh, du siehst mein Kopf nicht, meine ich. Ja, warum denn? Ich bin ja auch nicht seh und wenn ich dann nicht seh, siehst du meine ich. Hey, ist das Planeten und die aktiviert? Nein, ich weiß nicht, ich weiß aber, warum er nicht da ist. Warum? Weil wir Erdkennen sind? Oder bist du tot? Nein, nein, nein. Bin ich nicht. Scheiß Monster. Ja, warum, warum sehe ich dich nicht? Weil ich mich angebaut habe, um Wegrenner. Ja, warum sehe ich denn nicht dein Kompass? Weil ich mich von dir weggebaut habe, Theo. Ähm, weil wir jetzt nicht mehr auf der gleichen... Ähm, sagen wir mal so. Soll ich dir sagen, warum ich dein Kompass sehe? Weil ich tot bin. Oh. Ich bin hier so eine Scheißspitze gesprungen. Zwar kurz auf dem, du mich da eingebaut hast. Ja, geil. Und jetzt komm ein, da. Gut, ich sehe schon die Stadt. Hey, wie ist denn hochgekommen? Ich habe, ähm, so ein Teil geöffnet. Und da habe ich die Erdkraft drin gehabt. Wie, was, hä? Ähm, dass ich ein bisschen leichter wegfliege vom Planeten. Okay. Ja, aber wie bist du denn nach überirdisch gekommen? Ich habe mich einfach hochgebaut. Ich habe einen Weg... Ja, wie schnell ist das denn? Wie schnell ist das denn? Wie schnell geht das denn durch Hochbau? Ich habe einen Weg gesucht, während du dich, ähm, ausgegraben hast. Fuck you, Alter. Oh, der mit den meisten Pixeln, der da nur drauf geht, aber ich nicht. Genau. Wer hat dir den... Ja, dann am Anfang die meisten Pixel. Und... Ja, ja, klar, du, aber... Das ist jetzt nicht gestimmt. Jo. Haaa. Sagst du. Ja, ich weiß. Ja, nur weil du mich eingebaut hast. Ja, das wäre so cool gewesen, hätte ich dich getötet. Lol. Oh, nein. Okay. Doch nicht. Boah, Alter. Das wird aber echt Glück. Hm. Ich habe kurz Cut gemacht, während wir reingetreten sind. Also kurz. Und der Bruch rein. Kann ich aus Tomaten nicht Tomaten-Zeats machen? Nee. Geht das nicht? Geht nicht. Nein. Das ist ein bisschen doof, finde ich. Zack, 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 zack. Achso. Dann crafte ich mal ganz kurz Tomaten-Juice. So, und Mashed Potato. Aha. So, und jetzt tue ich mal ein bisschen Essen weg. Mal hier essen, mal da essen. Lol. Nur mal du nicht dürfen, dann ist es jetzt fast ein Viech reingekommen. Hä? Okay. Okay. Ja, wenn der Viech reingekommen läuft und du nicht den Kamel-Jäger holst. So, und es gibt zwar keinen Sinn. Nee, tut mir nicht. Ja, wenn du die Türfen lässt und den Kamel-Jäger nicht holst. Was die Schule? Den Kamel-Jäger. Achso. Wenn du bist, der Kamel-Jäger nicht, mach mal hier deinen Job. Jetzt mal ein. Schneller. Schon wieder. Ja. Ja. Wie ist das im Haus? Wie ist das im Haus? Wie ist das? Wie ist das? Ach, das ist der Levi schon wieder zu Besuch. Oh Gott. Boah, ich hab voll dir in den Moment. Ich möchte mal draußen im Wald mich jetzt in der Lagerfeuer machen. Mein Haus ist voll der Müllplatz. Und zwar im Wald war einmal ein... Ein hässliches, ein hässliches Julian. Lagerfeuer. Oh nein, ich weiß schon, was passiert. Ja, was denn? Kennt es mir an. Was denn? Äh, ich kenn das doch nicht mal. Also ich kenn das wirklich nicht. Leider kann ich das nicht. Ja, warum kann ich da jetzt keinen Block setzen? Ah. Weil du blöd bist. Ach so, deswegen. Äh, hab ich erst gestern herausgefunden. Das macht natürlich Sinn. Leider, ein bisschen zu spät herausgefunden. Was denn herausfinden, dass ich... ...gestern, ey, was hab ich denn gestern gemacht? Weil du blöd bist. Ich hab's einfach heraus... Ich hab's einfach herausgefunden. Also lass es. Und warum muss ich jetzt hier schon wieder mit einem... ...verheilendlich? Mit Internet? Jetzt kann jeder sehen. Nein, was macht. Jetzt kann jeder sehen. Hurra! Ja! Er weint, ja! Nur hier ist ein Baumstumpf. Oh! Er keppt! Sodan Sapling und... So da, ein Steppling. Wo ist sie sich zu tun? Da... ...ha, ha, 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 ha! Ich meine, das ist zu ernst. Wir sind wieder lustig. Ey, guck mal, ich hab's für dich kommen! Da und da! Das wäre echt für dich. Und da! So, und so. um Platz ist die alten Chests nicht Prozent weil es immer sammelt ich meine die Setzlinge tut mir leid also Prozent weil da kein Platz mehr war da wo ich konnte der Mann hat wohl ein bisschen weiter nach links wenn du mir sein wenn du dir jetzt herzend jetzt mal mein Schiff anschaust und denkst du dir was zu Hölle viele Kisten das war heute auch das soll das soll so gehen so was auch noch nicht mehr schon wieder ja klar wir haben ja kein Titelium gefunden Näääääääää ich frag mich LOL ich frag mich jetzt halt wo erkennen wir was das Read Level ist du frag dich LOL that that guck mal ich legge total guck mal ich will hier aufstehen aber ich bleibe immer wieder zurück bin ich jetzt gerade aufgestanden Guck mal, ich bagge immer wieder zurück, ey. Ah, weh. Ich bagge zurück. Verdammt. Alpha, 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 Alpha. Alpha, Beta, Alpha, 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 Alpha ist doch 3, oder nicht? Äh, eigentlich schon. Alpha, 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 Alpha. Und welchen, weil sind wir denn jetzt gerade? Äh, wir sind auf Alpha. Ach so, ja dann. Ach, natürlich, boah, sind wir dämlich. Ja, klar, es war bei Alten doch auch so, nur dass wir eine andere Karte hatten. Oh mein Gott. Wow. Äh, hast du, kannst du mal schnell Fuel? Ja, wir waren die, wir auch Beta waren wir, nee, Alpha doch. Konntest mir mal kurz Fuel kaufen. Hm, ich brauch' 60, ich brauch' 60 Fuel. Ja, Moment, auf meinem Schiff fahren, ne, ja, okay. Nun, dann können wir zum Gamma-Planeten, ne. Ich frag' dich aber, wo wir, äh, wann wir endlich mal Dinge finden können, hier Fuel. Sag' ich einfach mal für alles, Fuel kaufen. Ja, hab' ich ja auch immer gemacht. Sperm 100, glaub' ich. Ja, komm. Liquid! Ja, ich konnte 100 kaufen. Ja, ich konnte 100 kaufen. Dann können wir füßen einfach mal im Tank. Boah, das kostet aber echt viel, aber ich glaub' man kriegt doch ein bisschen mehr Pixel. Moment, ich, ich, ich bin Solo. Guck' mal hier. Nein, es geht gar nicht. Man kann nicht nach hinten beieben, während man nach vorne läuft, schade. Mach' ich jetzt mal auch. Nein, es ist besser. Bei mir überdeck' dich. Bei mir überdeck' ich dich. Oh, Rettkrebs! Okay. Then, let's grab now. Und das ist jetzt hier, äh, Gamma? Ach, bist du dumm und kannst du nicht den Titel lesen? Ich hab's nicht gesehen. Ist ich Gamma? Hier ist sofort ne Küste. Ah, Moment, lass mal kurz vorher Spitzack machen. Nur kurz vorher Spitzack machen. Warte, ich will noch schnell meine Spitzack kaputt machen. Okay. Äh, was ist das hier? Wo sind wir jetzt zwei Arten? Okay, da und zu den Ambush? Nein, hab ich nicht. Äh, ich hab das nicht mitgenommen. Moment. Ich, äh, koste aber nur 8000. Naaah! Hey, 8000 ist ja viel, ich hab' genug. Ich könnte sogar eine Metalworkstation machen. Läuft's machen? Ja, komm, warum? Ja, komm, warum? Kann man natürlich jetzt ja alles machen. Auch hier war ein Spitzack und so. Oh, jetzt einfach mal machen. Was mit dir Hacke? Was? Mit dir Hacke. Ne, kann man jetzt die Hacke machen. So. Metalworkstation. Platinum. Ich hab' nur vier Platinum machen? Ich hätte nein, lieber nichts brauchen wir wahrscheinlich nur. Okay, dann, ich kann nur eine Platinum oder... Stimmt. Wow, hätt' ich mal lieber Amos gemacht. Ja, noch mal. Wohl mal schnell. Ich schaue schnell auf mein Schritt, wo ich überhaupt noch Diamanten habe. Also... Ich kann theoretischen Ambust jetzt schon machen. Nein! Ich hab' keinen Diamanten. Moment. Die Einzigen, die ich hatte, die waren ja, hatten wir ja dabei. Verdammt! Ja, Moment. Was, schön, ich schaue, ich schaue, ich schaue. Welche? Die da, relativ hochsuchen. G1-Geräusche, derzeit. Ein! Kannst du jetzt mal machen? Moment, Julian. Ja, ich hab' mich nur ganz gut gezeichnet. Nur ganz gut. Das Deutsch. Ich hab' ihn nur ganz gut gezeichnet. Den nehm' ich auf mein Schiff. Ja, sicher. Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich hab' ihn paft, er substitut Peyron aus handlarlanden. Wer hat's jetzt? Ja. Dankeschön. Da sehen wir mal an llam da Seth Gott blöd. Nein! My, mein Gott, ich hab jetzt das ganzChrist true, ist es gepfegendemuş được. Ach, Mann, take up one with the blue spot. Bitte ist die drei order. Sie können parce, we all die Laureate, und Heart Schläufe auf mein Berührer zu driverieren? an aber er ist in den letzten letzten Enden mit den Knochen und Bofen bei der Raum keine Eier und normalen Koffe der Möder werden in will er war auch in der Karte der Beobacht nach der Kälte oder er ist er auch nicht Prozent ich bin da er hat mir den Willen er das ist auch beim Schiff haben in der Türkechen verletzt ich werde drauf er hat sich in der Welt ich weiß nicht ob man nur ein Ende nehmen kann weil den habe ich mal irgendwo geklaut er warst du ein achter zu sie hat sich an mehr als das was Prozent gold er ich noch wollte ich habe jetzt viel gemacht aber ich habe auch nur noch 17 alle geholfen ich habe noch 72 sich als er hat mir war es kurz das war ganz kurz der Schiff der Ressourcenteilung er ich hab den Eisenbahnboß in der Witz Prozent er gibt immer all deine Ressourcen du hast also an doch mal ich teile auf wir hatten alles 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 ich habe keine Diamanten alles ich meine es nur auch das Ohr Dings dieses das Orange Ohr Ding was heißt da Eisen Gold Platinum auch 70 Gold werden 45 Gold er darf also Ultra viel Eisen und Silber bekommen und Platinum Silber und Silber Platinum Möwe und das Diamanten bekommen also schon hier doch der Fragmentor ich hab keinen Kupfer Herr Kupfer nein ich hab auch doch Warten und gewasstet habe ich nicht gesehen Ok komm runter gut auch ein bisschen Gold wieder das war direkt hier unterkommen was ist das Stein okay nein weil es sah gerade zu seltsam aus tut mir leid gut war auch nicht gerade oder gerade ja ich will sagen erst mal verschwenden wir tun uns abwechseln mit der Spitze verschwenden okay Prozent es ist wenig dran also ok bei einem Wechsel und auch auch ja hier überhaupt er war derart die geimpft ich habe auslandt er das und sie gerade und ja ich wollte ganz mit die Dichte hier kein Samt reinkommen genau das wenn ich da rein schausten da eh wieder nur was weiß noch mal drüben das ist nicht das nicht der reingucken ok nein ich gucke die große Bargapal in den Kruppbuch war auch gut bei so wer hätte gedacht als ein Buch ich habe auch Gold gefunden ich hab 60 Pixel gefunden krass ne ich hab ein Buch gefunden da lehren fangen zu lesen geh weg ich will die Küste ich hab das Gefühl die Goldspieler geht schnell kaputt als die Silberspitze ja aber dafür ist die Gold besser ja okay einfach weiter bauen ja eben was hast du aufgesammelt von dann auch ich hab ein Blubber aber wir sind echt ein bisschen dumm natürlich ist da mal und so weiter das war ja beim letzten Mal schon so weißt du und wir ja hinterm Namen und so warte Gold Gold naja wieso ja oben ist noch mehr okay und wieso ja hinterm Namen steht i und sonst was tut mir leid bin runtergefallen ja ich hab meine Spielzeuger gerade so nicht dann bin ich ja eigentlich dran also ja das war ich noch gut kommen ja ich möchte es ist mir auch noch aufgrund hier ist richtig viel Silber ja ich hab ich hab schon über 30 Silberohr mindestens ja 35 Silberohr ja wohl gut gut wie viel Gold noch ein bisschen was hier noch hier Junge okay okay war auch mal gerade 30 Silberohr nice, Alter also, es ist auch der Leer, das ist auch besser als bei uns hier also, hacke, ich mach' ja, hacke eben auch auf der Klin auch wenn der gerade Eisen, oh Junge, Eisen, ich will Eisen steht da so im Sand so, ach mein Gott, das nervt es nervt Es nervt es nervt der Sand nervt einfach nur noch ja aber ich fand das schon immer nervig, alle haben immer so, da haben sich so... durch den Sand durchgebunden so habe ich das nicht gekonnt Kredite wie Scheiße aber ich konnte dass die alte Beispiele vor Ort verlangt haben gesagt und rechts Anja Warte 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 Baumwurz hat sich von hier sehen ich bin ganz schön von hier aus und das ist die Zeit der sich aus dem die U-Bahn-Reihe ich brauche die Unternehmung oder der Wörter erheblich er hat sich das war das in Bar es hat mich aus wie Titanium das ist was das tun ist alle Wächse hier und Pixel und Treppen teils steht ich habe auch rechts 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 und Gold und Prozent Prozent oder so sehr 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 viel Gold hatte gemeinsam das ist kein gift sieht immer aus wie gift gibt es überhaupt schlechte Sachen nicht mehr doch, gift ist der Totenkopf wir sind schneller mein Spitzhack ist kaputt, obwohl ich nicht graben soll, krass hä, deine Spitzhack ist kaputt, obwohl du nicht graben sollst ja, komm mit wir graben unseren Weg weiter okay, aber hier muss auch jetzt, wir müssen jetzt mal aber auf das Welt muss es jetzt die Tür wird Titanium geben, ne? mindestens, ja wahrscheinlich selten meine Spitzhack ist kaputt, du bist ja dran meine Spitzhack ist kaputt, okay, eben kaputt gegangen ja, zusammengraben, ey, sind wir halt schneller ist doch nicht graben so wow gleichzeitig wollen wir einen Fakt machen oh, guck mal, da kommt was ein Spielhallenautomat, glaube ich ja, ein Spielhallenautomat den hatte ich letztes Mal zweimal gefunden wohl krass, hier ist gar nichts aber links auch noch was, ich buddle mal nach links, ne? ja, ich komm mit warte, ich mach dir ey, cool, das sieht aus wie ein richtig geiles Labor warte, ja, das ist auch eins du wieder oben was du, was ist das denn? das ist mal ja, das sieht irgendwie cool aus alles wir sind Kisten da sind was drin? nix besonderes wow, wie der ein sinnlos bei Labor ne, diese Bildschule oben irgendwie cool aus du willst du überhaupt nicht? ne, was ist denn das? silber nein, platinium was? ah, nein, aber auch platinium, krass das war ja ne, rechts war unser Untergang ok wie seh ich dich auf? ja, mal, das heißt hier doch, muss das geben ui ey, wie kann es euch sein, dass wir mal gleich in den Fackel setzen wollen dankeschön der echt nette Gamer na, das silber war's ach du, setzt du ne Fackel ich hab jetzt noch eine, das ist jetzt meine letzte Spitze aber ich hab noch zwei wow, wie komisch oh, guck mal, ein paar Ressourcen rundgemischte Haufen hier mh mh irgendwie finden wir hier kein Titanium, hab ich das Gefühl oieieiei ich hoffe einfach mal, dass wie jemand, äh, leu das oieieieieiei genau, da bleiben wir stehen so da, nein, ich wollte gar nicht vergleichen, ich wollte arm und so so da gräbt es sich weg oh f nein, ich kann nicht, ne in dem Schmarrn gong was? wetter! äh, du hast die das ist ein Schnapp, die verklappt lol ich weiß schon, was gibt's nein, hier, nix noch das Blätter ja die Blätterstone das ist das lol das ist ja, das ist ja vielleicht zum Abbau das war cool, ne äh, Moment äh f ok cool das neue Biom hier ist es neues Biom? ja bin ich sicher, kann auch sein, dass es das vorher schon gab nein, 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 gab's ich war recht viel in Höhlen, Julian ja, ich kann mir vorstellen ich glaub das gab's schon da war schon wieder so ne Hightech diese Blöcke weiß ich, dass es die vorher gab ich weiß nicht, ob es die dieser Form gab auch, ich hab ne Kiste geöffnet einfach abgebaut ähm Moment, sind das die Plant Fibers? ja, das sind so Plant Fiber Dinge ja, zum Nagen warte, komm her Moment, ich komm mal, ich komm mal ich komm mal ja oh nein, wir bauen uns nur wegen dir ja, sonst hättest du gemäcke, wenn's Heilung oder so wäre ja, ey kennst mich doch ah Gott, ist das scheiße ja, was sch- was, was sch- was sch- was sch- was schießt die eigentlich gegen uns? mit irgendeiner dunklen Mann ich leuchte dir gerade alles aus ich bin schade hasche Leute ah oh shit, die machen doch nicht schon aber ne Ratte ja, meine Ratte ne, ein Bauwurf war das, ne irgendeinen Scheißviech oh, die jemanden weiß das mich aufladen ich hab' mir gedacht, du meinst das andere die Dinger, die von der Decke hängen hast du boah die Kisten kann man richtig leicht übersehen hier ja, ich find voll oft, dass man die Kisten vorgutem sieht aus den normalen hier, ich mein, hier gibt's ja auch Kisten ja, ja und die hab' ich und ich hab' jetzt schon drei davon gefunden aber bei diesen TH-Chessvie, find' ich kann man auch richtig leicht übersehen ach man die Waffe ist, ähm sind zwar richtig fass was was dann okay, ähm komm mal kurz zu mir, bitte ich mach' mal kurz zu mir, bitte ich mach' mal kurz zu Bandagen oh, lol Alter nimm die Dinger mit, Junge das bringt zu viel Bandagen was ja, diese Dinger, die von der Bette Decke hängen nimm' ein paar mit während ich zu dir komme ich hab' jetzt schon, äh gerade 50 Bandagen gebraucht ich nehm' grad nur ein paar Pläne vergessen da waren da waren Items was ist? ich hab' einen lustigen Hut gefunden ach so, ich dachte schon da wär' jetzt irgendein Dungeon oder so nein, nein, nein da würd' ich nicht so ausrasten also bist du da? noch nicht ich soll mir grad noch ein paar Pläne vergessen Moment ich hab' jetzt mal ganz kurz ein paar Sachen abgebaut und einundsiebzig Bandagen nochmal, alter wow ich hab' 171 Bandagen ich hab' 171 Bandagen ja, ich weiß, ich seh' nicht ja, wir teilen so oder so warte mal ich zeig' dir mal die Waffe, die ich bekomm' äh, die wo ich jetzt viermal im Inventar habe zeig' lol ist sie stark? lol, alter, wie geil wie viel Schaden macht die? äh, 98 aber ist ne One-Handle warte mal wenn ich vier warte mal, wenn du die zwei hast ist das schon wieder geil die 200 Schaden oh, geil die hast du viermal im Inventar? willst du auch zweimal? da ich mach' die anderen auch ok, Moment dann tue ich die mal und guck' mal, was ich als Kopf gefunden habe ja, ja ho Moment mal darf ich dir jetzt, warte ich zeig' dir noch die Kisten das sind die Kisten da und findest du diesen ok, und ich würde sagen, es war's mit der Folge Moment, kann ich links und rechts ich kann aber nicht links und rechts gleich sein doch doch, es geht, guck ah, wie so, Moment, hast du die oben in diesem L&R-Ding, oder wo hast du die? ja, da hab ich sie ah, so, aber ich kann das nur auf Slot 1 nein, ich hab's auf Slot 1 und Slot 2 nee, nee, äh nee, ich hab die oben bei L&R drin und deswegen kann ich das nur machen, wenn ich von ja, nicht wieder überziehen, Julian Folge ist schon vorbei ja ok, wenn dir gefallen hat, Leute, dann lasst uns nur bloß welchen da und tschüss bye bye bl 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017